was geht jetzt unter einer weiteren folge auf meinem kanal mit dabei ist wieder klick hallo und herzlich willkommen zu einer folge von quaro auf meiner seite aus ja ich würde sagen genau wird schon nämlich in sie mal auf den server finde ich gut finde ich echt okay da sind wir auch schon ja okay wir haben keine sparen zeit oder sparen schutz sie schon ja wie gesagt das auf der plugin ist ein bisschen verpackt deswegen starte ich genau hier meine timer wir haben gestern ja okay für euch ist es gestern sagen wir so haben wir hier noch ein bisschen fleisch gebraten hier nimm mal die hälfte oder willst du gar nicht auch doch hier gibt ja jetzt habe ich nämlich auch ein anderes text und ich habe das text effekt drin dass sie nicht alle rumholen können weil selbst bei meinem eigenen tag was ich immer rausgebracht habe ist in die kisten die rest und kisten sehen die anders aus ja das ist jetzt gerade ich glaube mit meinem eigenen aber da ist eben gar nichts verändert also ja natürlich ein paar dinge aber ja die große höhle ist wie sie ausgesehen hat ist leider hier nicht zur verfügung aber wollten willst du noch ein bisschen mehr da die das eisen braten was du so gesammelt hast ja das war mein neuen ofen machen finde ich ganz geil auf jeden fall ja deswegen sammle ich auch gerade ein bisschen stein aber das fleisch gleich durch ok ich habe mir fleisch rein also essen sind erst mal wichtiger glaube ich als eisen macht das mal ich wollte haben fleisch reintun hast du noch ein paar öfen oder so ich bin gerade dabei hier kannst du deinen stein reinpacken falls du einen hast hier ist auf jeden fall noch ein rufen ein bisschen davon rein sollte erstmal reichen fünf kohle reichen für sie 26 ok er macht sich würde ich sagen auch mal jeder so ein feuerzeug beziehungsweise einmal brauchen wir auch und wir haben ja hier lava vielleicht holen wir uns das dann ich mache mir kurz ein feuerzeug wo ich in meinen da ich mein schlind zack haben feuerzeug also ich bin mir auch mal ins geile ist wir haben es halt ganz erfahrungen auch gott ich hätte kohle gerade versucht zu nutzen für ein feuerzeug richtig natürlich so hier ist auch schon feuer gefällt mir ja ich bin schon krass ich habe auch ein bisschen iron gesammelt stimmt tatsächlich jetzt mal ein bisschen hier aufgeteilt ok ist gut da kommt lava raus geh weg ich kann es nicht so ist ok du lässt einfach fließen und drückt das gar nicht ich finde es geil wie das fließt also hier ist noch mal ein ofen ich habe noch mal zwei eisens ich mache mir direkt mal ein eisenschwert oh gott alles habe ich hatte mal also noch irgendwas zum braten ja ja habe ich ich habe noch sieben fisch kann ich beraten doch kann man oder nicht aber den ich beraten kann konnte man doch immer man kann klauen fisch nicht beraten guck dir das mal an die überhaupt essen oder machen die einen giftig dann oder wie egal ich nicht kann man ausprobieren also kann zum ausprobieren hühnchen okay ich würde sagen jeder macht einen brustpanzer ich mache mir einen ok ich werfe kurz die ganze unnötigen staff ich bin ich habe so hier ist noch mal ein genau das mache ich auch mal mit dem unnötigen staff wir brauchen keine bricks oder ja nee brauchen wir nicht hinter dir ist das iron wie bitte brauchen wir eisentüren nee brauchen wir nicht äh cauldrons nehme ich mir einen mit ich habe ich habe das erz ich habe das erz ich habe das erz gefunden ja ja ich baue das hier mal ich baue das hier mal hin und baue es dann wieder ab ne hast du das iron eigentlich eingesammelt ja ja habe ich okay ich mache dir einen brustpanzer und uns beiden einen brustpanzer ich baue mal machen wir mal kurz schuhe erst mal ich mache uns eisenschwerter weil ich brauche ich brauche erst mal das hier eisenschwert ja okay ich habe schon ein eisenschwert jetzt habe ich noch ein eisenschwert ja zwei eisenschwerter ist gut ist gut wir werden eisenschwerter später brauchen wir brauchen okay mitnehmen und raus und neue höhle suchen oder strip meinen ich bin für neue höhle suchen weil höhlen finde ich ein bisschen attraktiver ja nicht mehr anweist ja okay kann ich verstehen und auf dem weg würde ich sagen werden wir auch noch mal ordentlich an dings hier mitnehmen du weißt du weißt es ist nacht wollen wir kurz schlafen ja ich schlafe gern mit dir okay du bist der player also ich sehe dich nicht mehr im bett ich sehe dich auch nicht aber jetzt ist die stich in dir okay es hat auch jeder sein eigenes bett das gut ja das finde ich auch schnieke weil ich darf nicht so gerne fremden bitten okay wir sagen wir starten mal los übrigens ich habe was für dich gesammelt hier guck mal das hast du gerade abgerissen du gehst du gehst hoch das war mühevoll gepflückt junge drauf geschlagen mühevoll okay komm mit hier schwein diese reaktion hier schwein links rum ich folge dir aber ja ich bin ich bin nicht so der sprinter hier hoch das schwein ist auch so ein baumschwein auch kommt verpisst dich jetzt alex ich hab älter voll viel fleisch zwei stück ich hab älter voll viel fleisch zwei stück ich muss hier unten noch ein schwein übersehen man ja ich stehe nicht so auf schweine da sind wir mechanisch so richtig weit hoch gebaut auf diesem berg das ist locker so eine falle ich komme dann hoch ja ich muss auch nicht hoch kommt doch ich bin jetzt aber hoch nach alex jetzt bin ich oben in diesem problem können ja er kommt kommt mit ob ich sehe ich nicht mehr hier ist eine höhle liga wo ja okay dann wenn du unbedingt rein willst richtig tief unten aus lol alter ich habe angst warte mal wasser mitnehmen ja ja hier ist wasser ich kann mir kannst vielleicht runter fließen lassen warum ich die fließe das runter fließen kann ich da einspringen es geht nicht doch geht das wasser was ich gleich aufsammeln ja das geht ja wenn ich ein bisschen holz mitgenommen habe ich hab nur acht holz und drei aug die mensch habe ich 20 euro und planks trotzdem ein bisschen mehr mit weil holz schneller weg geht als man denkt und ein bisschen zauern damit ich ein bisschen zauern ersetzen was dann wieder weg er macht wieder weg und komm runter habe gesagt komm runter die höhle sieht voll nice aus man hier könnte ich was werden ja ja okay gut ist nämlich eirinius das könnte ich mir mal ja gut dass du fackeln dabei hast ja die höhle ist gut ich merke es jetzt schon ja also die ist echt einer von der skala von 1 bis 10 mal in die in die wände bohren hier wollte ich mal in die wände kopfhörer meine spitzachse ist fast kaputt dann mache ich dir eine neue licht an du hast nicht ausgemacht arschloch da kann ich nichts dafür hat schon mal hier ist was hier ist was echt nein das ist nur die höhle kommt dieser richtig viel klee ja das gerade von 1 bis 10 ist schon ich hab mir eine elf komm es bleibt stehen hier spitzhacken gib mir gib mir man ich würde dich einfach so gerne schlagen warum weiß ja nicht einfach ich habe das verlangen dazu zu boxen ja siehst du schon wieder geh weg jetzt mach dich hoch mit wasser mach dich da hoch oder ich mach das du kannst ja richtig oh gott wie ihr seht es gehen dann mlg player klee geh bitte lass mich das machen bitte nein ich schaff das oh ich schaff das wir flampern so viel zeit oh gott klee kann das ja gut alex ach alex nimmst nicht zu ernst äh ne ich nehmt granit aber ich stell da oben halt so tschüss bohr dich dann mal hier ein ne ach ecklich warte ich lass mal mein ekligen stuff da unten du musst mich nie wieder finden mann jetzt komm hoch scheiße ah nein ihr habt ihr einfach so gesehen ich dachte erst so ein hühnchen hey höhle oh du blindfuchs alter das ist noch die gleiche höhle mann nein das ist iron aua 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 ich hab mich wehgetan weischt ja bau ich nicht von dem iron ab ist okay mann du übernimmst mal wenigstens hier das iron vorkommen aber ne du enttäuscht mich ja auch ganz herrn oh digga der timer wie er gesagt hat was der telefon ja ich komme noch ganz kurz hoch und danach beenden wir auch die folge wie sagt diese ist ein bisschen war spitzig es war schon wieder spitzig weil warum mache ich hier ein Mann ich kann nicht springen wieso müsstest du mit hin ja so Leute das war's ne was nicht wir müssen aus dem loch raus hier ja ich mag's doch lächer seinig ach nein bau ihn doch mann ich mach mir jetzt hier die dran draus geh weg nein machst du ne alter ach nicht für mich ja Leute das war's von dieser Folge ich bin Aulix das ist Klee like das Video bis nach ihr haha tschüss nö ich hab's aufgeholt noch aufzunehmen haha ok Leute wir sehen uns tschau